Ash, sag mir, dass der Pilot tot ist. Ich arbeite daran. Hör endlich auf mit deinem Spielchen. Darf ich mich bei der Arbeit etwa nicht amüsieren? Ich werde die Arbeit unterleiten. Ich verstehe. Ash, aus. Keine Sorge. Von dem Geld, das ich auf seinen Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles Spielzeug der Welt kaufen. Sektor 4, Charlie. Sprengsätze 21 bis 29 Zünder. Brawler. Ich weiß nicht, was Sie getan haben, Pilot, aber mehrere Explosionen haben den Manipulatorarm geschwächt. Ich bin frei. Hier stürzt alles ein. Wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf Ihrem Hut. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Diese Umgebung ist extrem gefährlich. Schlage vor, einzusteigen. Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Checken Sie, wie er hat. Feind-Titan. Falsch abgebogen. Du brauchst noch bessere Treffer. Feind-Titan. Falsch abgebogen. Ich bin frei. 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 Das wird einen hohen Preis auf Ihren Kopf ausgesetzt, tot oder lebendig. Seitdem haben Sie einen gewissen Wert für mich. Gehen wir los. Ihre Fehler werden hier unterhalten. Sie enttäuschen mich. Ich hätte mehr von Ihnen erwartet. Perfekt. Das hätte nicht tun sollen, Pilot. Feindheiten zerstört. Die Abriegelung wurde aufgehoben. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Alles klar. Was ist denn? Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel an. verzichten.